Musik Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und, wer ist das hier? Ich bin Hanna. Genau, richtig. Und deswegen, heute wird es etwas anderes geben. Es wird nämlich ein Booster-Pack-Open geben von der Freundin von mir hier. Genau, deswegen nicht wundern, es sind nicht meine Hände hier. Und deswegen, ich werde jetzt mal ein bisschen fokussieren, sodass das passt hier auf Distanz. So, ist es gut. Ist es scharf? Ja, sehr scharf. So, und genau. Und dann musst du versuchen, dass das gut sichtbar ist für die Leute. Und genau, sie wird heute Booster-Packs öffnen mit euch und zwar eine ganz spannende Mischung. Eine Mischung aus älteren Packs und nochmal zwei Generationen-Packs für euch. Da haben wir einmal Diamant und Perl, majestätischer Morgen. Du kannst weitermachen. Dann haben wir Platin, ultimative Sieger und zwei Generationen-Packs. Einmal mit einem Visaflor und einem Glurak. Richtig, genau. Und die wird sie jetzt öffnen. Die Reihenfolge kannst du dir aussuchen. Ja, ich glaube, wir fangen hier mit ein. Okay. Wie heißt das Pokémon nochmal? Knackrak ist das. Ich kann mir das immer so super merken alles. Und ich kann das auch nicht so schön wie du. Ja, das ist ja nicht schlimm. Man lernt ja. Auf ist auf. Erklär mir doch nochmal. Halt die Karten gut ins Bild, wie man das sehen kann. Genau, der Kartentrick. Drei nach hinten. Genau, also drei hinten nimmt man weg und vor die zwei vorderen. Richtig. So, dass die Reverse-Holo und die potenzielle Seltene nach ganz hinten im Pack rücken. Genau. Ich mach's nochmal ein bisschen schärfer. So? Ja, alles klar. Dann haben wir hier ein Habituck. Ein Pikachu. Ja. Ein Plinfler. Ein Plinfler? Ja, richtig. Das ist auch ein Starter-Pokémon in einer Generation gewesen. Aus welcher? Aus der vierten. Kenn ich nicht. Die Sinnoregion. Ich glaub, das war die Phase, in der ich mich nicht wirklich interessiert hab. Ja, ich mich auch eher weniger, aber genau. Okay. Dann Energiesuche. Richtig. Evoli. Ach, das ist ja dein Pick. Ja, es ist mein Pick. Evoli ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Mogelbaum. Das find ich auch irgendwie niedlich. Oder? Ja, das ist ganz cool. Mogelbaum ist sowieso ein witziges Pokémon. Mag ja kein Wasser, sieht aber aus wie ein Baum. Weil es ein Gestalt-Pokémon ist. Ja. Das ist schon cool. Sehr cool. Dann haben wir Fossilien-Bagger. Genau. Ambi-Diffel. Mhm. Oh, guck mal. Aquana, es wird immer besser. Ja. Es ist sogar eine Evoli-Entwicklung. Sehr gut. Aquana ist die Reverse. Ist das eine Sternkarte? Kannst du das erkennen? Schwierig. Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist ein Stern. Ja, es ist eine Stern. Und dann haben wir hier noch ein Xerox. Okay. Xerox ist auch eine Stern. Genau. Was ja die hinterste im Pack ist. Okay. Aber ist auf jeden Fall ganz nett. Nächstes Pack. Platin, ultimative Sieger. Genau. Mit einem Glurak. Der andere kann man natürlich auch Kampfhandler-Karten ziehen. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was da drin ist. Das klappt super mit dem Öffnen. Wie machst du das? Ah. Genau. Richtig. Okay. Man kann die von unten so hochschieben. Ja, kann man. Mit Liebe. Mit Liebe. Du hast da viel mehr über dem, letztlich. Das ist unfair. Okay. Da. Selber Kartentrick? Genau. Selber Kartentrick. Alles klar. Also so. Richtig. Okay. Da haben wir ein Menki. Ja. Richtig. Pachirisu. Ja. Danke. Was soll das sein? Das soll ein Eichhörnchen sein. Das sind Elektro-Eichhörnchen. Ach. Das ist auch aus der vierten Generation. Die vierte Generation ist ein bisschen strange. Ja. Das kann ich sehen. Ein Dodu. Ja. Noch ein Pikachu. Wey. Ein Carpador. Das ist dein Lieblings-Pokémon. Ja. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Es kann so viel. Es kann rumrudern. Das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Ein Plusle. Richtig. Das kenne ich auch nicht, aber das sieht auch irgendwie niedlich aus. Das ist aus der dritten Generation, ja. Das ist auch nochmal so ein Pikachu-Verschnitt so ein bisschen. Ja, das stimmt. Krakelo. Richtig. Von Krakelen. Richtig. Genau. Es ist ein sehr lautes Pokémon. Richtig. Okay. Das ist ein Sound-Pokémon. Ein Sound-Pokémon. Wen du... Wen du Fliebe ist. Von Wenus Fliegenfalle. Ach so. Ja, ja. Okay. Ja. Alles klar. Oh, Togekiss? Togekiss? Warum ist dein C hinter? Weil das Cynthia's Togekiss ist. Deswegen ist da auch die Frauen... Ach so. Okay. Genau. Also das ist keine Sternkarte, obwohl man denken könnte, dass es eine Sternkarte ist. Das ist nur Ankommen. Aber es ist eine schöne Karte. Ja. Mhm. Sehr cool. Und ein Kramschäf. Ist auch nur eine Stern. Dennoch. Sehr cool. Ja. Kramschäf ist auch ein Unlicht-Pokémon. Wir mögen Unlicht-Pokémon. Wir mögen Unlicht-Pokémon. Du magst Unlicht-Pokémon. Und dann haben wir jetzt hier noch zwei... Generationen. Generationen. Ich glaube, wir fangen hier mit an. Und hoffen, dass ich das diesmal... Ja, das ist nicht schlimm. ...oder nicht schön auseinanderkriege. So, da ist der Kartentrick jetzt ein bisschen anders. Ups. Drei von hinten hinter die vordersten drei, richtig? Ja. Okay. Manchmal höre ich dir doch zu, wenn du mir was erzählst. Okay, dann haben wir hier einen Nebulak. Sehr schön. Das ist ein seiner Lieblings-Pokémon. Richtig. Okay. Passend dazu eine Psycho-Energie. Ein Krabi. Mhm. Guck mal, die Pokémon, die müsstest du eigentlich alle kennen. Das ist die erste Generation. Ja. Nur der drin ist. Ja, doch, die kenne ich wahrscheinlich. Ein Kleinstein. Richtig. Blumenkrone. Blumenkrone. Ja. Ja. Saftkorn. Citro. Richtig. Galoppa. Galoppa. Sehr cool. Sehr schön. Ich mag das mit den Flammen. Ja. Im Muster. Das ist immer zu dem Typen passend bei diesem Reverse. Das ist auch eine Sternkarte. Das ist ein ganz netter Pull. Mhm. Dianzi. Das ist auch holographisch. Ja. Das ist nämlich eine Radiant Collection-Karte. Aus dem Subset, so nennt man das. Mhm. Oh, Aktos. Aktos. Full Art. Hammer. Mega. Sehr cool. Ja, das ist schon cool. Klasse. Wie das Licht. Das Funkeln, ne? Richtig krass. Richtig cool. Ja, jetzt verstehe ich, warum du glitzernde Karten magst. Okay, das ist cool. Sehr schön. Sehr cool. Du stellst sie immer hier hinten hin, ne? Ja, richtig. Richtig coole Karten. Ja. Und wir haben sogar noch ein Pack. Letzte Runde. Möge Blurack uns Glück bringen. Ja. Also geöffnet kriege ich das schon mal wieder nicht schön. Wieder drei, ne? Richtig. Und drei. Okay. Ein Muschast. Ja. Stahlenergie. Richtig. Oder Metallenergie. Kann man sagen, wie man mag. Okay. Ein Fleckmon. Ein Magma. Ein Glumander. Das klaut dem kleinen Jungen die Brille. Und freut sich dabei. Ja. Topbeleber. Alpolo. Ja. Wir hatten sogar gerade schon ein, ähm, wie heißt den? Nebulak. Nebulak. Genau. Mhm. Und ein Parasek. Reverse. Sehr gut. Ist auch wieder eine Sternkarte. Ist nicht übel. Dann Heiko. Dann Heiko. Heiko. Trainerkarte. Mhm. Ist auch wieder so eine, ähm, Radiant Collection Holokarte. Deswegen auch das Muster da unten. Sehr schön. Und ein Bisa-Floor-EX. Sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr schön. Klasse. Das hatte ich noch aus einer Caldeo-Box, diese Booster. Gut, dass ich die hierfür verwahrt habe. Ja. Sehr schön. Das war so das Beste, was wir gezogen haben. Richtig. Sehr gut. Ja, also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die Pulse haben euch auch gefallen. Also, wenn ihr noch Ideen habt, was ich so für Aktionen machen könnte hier, die spannend sind, zur Abwechslung mal so etwas, dass eine Freundin von mir zum Beispiel Pokémon-Booster öffnet, obwohl sie damit gar nicht so viel zu tun hat, dann könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Sagt mir einfach, was ihr mal gern so sehen wollen würdet. Was habt ihr noch so für Ideen für den Channel, um es noch spannender für euch zu machen. Genau. Also, keine Angst. Die üblichen Booster-Openings gehen natürlich genauso weiter. Alles wie beim Alten. Aber ich möchte noch ein bisschen Kreativität hier reinbringen in die ganze Sache. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Pokémaniac. Bis dann.